Es ist schwierig für mich, wenn Leute irgendwie einem das Gefühl geben, man gehört hier nicht wirklich her, obwohl man sich denkt, okay, ich bin hier geboren und aufgewachsen, deshalb wo gehöre ich sonst hin? Also man steht immer so zwischen zwei Welten irgendwie. Also mir geht es eigentlich ganz gut in Österreich, natürlich merkt man in einigen Institutionen dass meine Minderheit ist, aber ich bin halt hier aufgewachsen und lebe seit 16 Jahren hier und eigentlich fühle ich mich integriert, also wenn man sich integriert, dann. Wie heißt du? Julia. Und glaubst du an Gott? Ich glaube an einen Gott, ja. Wirklich? Ja. Ja. Okay. Und gesucht in die Kirche? Ja. Aber du kennst, dass es Gott gibt? Ja. Du kennst? Ja. Du kennst? Ja. 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 Axi? Ja. Ja. Das ist ja nicht. Nein, 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 nein. Die Unterschiede sind von Australien und Australien. Genau. Okay. Good question. I think there is something, but I'm not sure if it is God or if it's things like karma or I don't know, so it's maybe there is something. Are you okay? I'm okay. What's your name? My name is Horyan. Mine is Israel. I'm a reporter from Black Horse TV. The question today is, do you believe in God? Yeah, I believe. Really? Do you go to church? I don't go. Why? I don't have time. Where is Australien Bundespräsident? Heupel. Is it here? Yeah. 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 Okay. Yeah. 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 Yeah.